Habt ihr schon mal vom Cell Broadcasting gehört? Ich kann den Begriff auch nicht, aber mittlerweile weiß ich, dass es was ganz Altherbegebrachtes ist, nämlich das Versenden einer SMS. Und in diesem Fall im Gefahrenfall, also wenn zum Beispiel ein Hochwasser droht oder ein Unwetter sich ankündigt oder ein besonders großer Unfall sich ereignet hat oder ein Hausbrand, was auch immer. Wir wollen das in der nächsten Woche mal testen, dieses Cell Broadcasting, nämlich am bundesweiten Warntag am 8. Dezember, wahrscheinlich gegen 11 Uhr, soll eine Probe-Warn-SMS in ganz Deutschland Smartphone-Besitzer und Besitzerinnen erreichen. Damit das auch klappt, möchte ich euch bitten, bringt eure Handys, eure Smartphones auf den neuesten Stand, ladet die aktuellen Updates runter und ich habe es bei meinem Handy auch getestet. Man muss unter Einstellungen auch zulassen, dass man Warn-SMS erhalten kann. Also macht das bitte, guckt mal unter die Einstellungen, schiebt den Regler nach drüben, dass das klappt. Weil wir wollen, dass der bundesweite Warntag auch ein Erfolg wird.